So, und jetzt schauen wir uns das an. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt vorwärts. Schritt, 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 Schritt. Immer ein Bild. Ein Bild. Und trotzdem sah es vorhin relativ gleichmäßig aus. Das ist Bild für Bild, Bild für Bild, Bild für Bild, Bild für Bild. Immer wieder ein Bild. Und das waren gar nicht so viele Bilder, die ich jetzt gemacht habe. Und trotzdem sah es relativ gleichmäßig aus. So, Moment. So. Und jetzt haben wir das eben gesehen. Also Schritt für Schritt haben sich die Striche hier gebildet. Und scheinbar ist es eine gleichmäßige Bewegung gewesen. Aber in 10 Bildern zerhackt, merkt man Folgendes. Das sieht man vielleicht hier schon. Guckt mal, wenn ich hier so rübergehe, ganz langsam, und das dann wieder abspiele, dann hat man gesehen, dass auch hier die einzelnen Bildpunkte relativ langsam gehen. Dieses Programm hier nimmt mit zufälligerweise 10 Bildern pro Sekunde auf. Also, 10 FPS, Frames per Second. Nimmt dieses Programm hier auf. Warum? Weil das Malen oder hier Schreiben, das ist flüssig genug fürs Auge. Mit 10 Bildern pro Sekunde einen Film anzugucken, ist furchtbar. Das schuddert, sagt man dazu. Äh, es schuddert. Das Schuddern. Wir haben es eingedeutscht. Das ist dieses Schritt für Schritt für Schritt. Aber diesen Effekt, den nehmen wir. Den brauchen wir. Den brauchen wir nämlich für, äh, diese ganze Geschichte. Na, wo ist es jetzt? Unser Filmchen. Hier, dieses Filmchen. Wenn wir das Schritt für Schritt abspielen lassen können, dann können wir das machen. Was können wir dann machen? So, jetzt haben wir das einigermaßen festgelegt. Hausaufgabe ist klar. Irgendwie eine App runterladen, die, äh, so viele Frames per Second machen kann. Wir nehmen mal folgendes an. Wir nehmen nur die Standard-Filmgeschwindigkeit, 25 Bilder pro Sekunde. Jetzt schreibe ich mal auf Deutsch. Bilder pro Sekunde. Wie viel Zeit? Also, das ist die Frequenz. Oder ich mach's mal. Ich schreibe mal Frequenz so. Frequenz. Die Bildfrequenz, sagt man auch. Das heißt, die Anzahl der Bilder, die in einer bestimmten Zeiteinheit durchsausen. Wie viel Zeit hat jedes Bild? Rechnet mal. Mal einen Tipp. Macht mal eine Verhältnisgleichung. Lasst mal das Wort Frequenz raus. Das ist bloß mal informativ. Das müssen wir jetzt nicht wissen. Wir haben, ha, 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 pro Sekunde. Und ich möchte wissen, wie viel hat ein Bild? Macht mal eine Verhältnisgleichung. Und dann stellt es so um. Ich möchte die Zeit wissen, wie viel ein Bild hat. Die Auflösung. 25 Bilder pro Sekunde jetzt als Verhältnisgleichung. Ich sage, 25 Bilder pro Sekunde ist gleich ein Bild pro T. Jetzt drehe ich das um. Ich habe schon gestürzt. Also stehen die Sekunden oben und unten die Bilder. Jetzt steht T, die gesuchte Größe, oben und unten ein Bild. Mal ein Bild. Gekürzt die Bilder. Ein 25 Sekunde bleibt übrig. Das ist nicht doll. Aber ich kann die ja mit 4 erweitern. Dann habe ich nämlich unten ein Hundertstel und oben eine 4. Und demzufolge 0,04 Sekunden. Ist die Zeit für ein Bild. Das hat natürlich was. Wenn man mit so einer Geschichte rangeht, dann hat man was. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Die Schaukel. Das ist die Schaukelbahn. Uns interessiert dieser Bereich hier. Hier bewegt sich das Ding von hier bis hier in dieser Zeit. Also von einem Bild zum nächsten. Das sind die 0,04 Sekunden. Und auf dem Lineal, diesem rot-weißen Lineal, da sind ja hier noch so ein paar Zentimetermarken drauf. So, und ich hätte meinetwegen hier gemessen, 0,04 Sekunden. Das entspricht dann meinetwegen, sagen wir, 6 Zentimeter. Ermittelt mal die Geschwindigkeit. Also V. Übrigens V ist S durch T. Aber in Meter pro Sekunde am besten. Damit wir dann wieder mit diesen Größen wie Erdbeschleunigung und so ein Kram arbeiten können. Was ja auch in Meter pro Quadratsekunde angegeben ist. Jetzt kann man einen Taschenrechner nehmen, den man 0,06 durch 0,04 teilt. Wir sind aber eigentlich Profi genug, dass wir sagen, komm, wir nehmen alles mal 100, dann verschieben wir das Komma um zwei Stellen nach rechts, unten und oben. Das heißt, das ganze Ding 6 durch 4, das weiß jeder. V ist 1,5 Meter pro Sekunde. In diesem Fall, wenn das so wäre, mit den 6 Zentimetern, dann hätten wir das. Also, aber wie gesagt, das gilt nur für diesen Bereich. Wir müssen uns so nah wie möglich mit diesen Bildern in diesem Bereich bewegen. Also, hier ist nämlich die Fahrt am schnellsten, genau am untersten Punkt. Und deswegen können wir nicht zu lange Messungen und nicht zu wenig Bilder nehmen, sondern alles hier in dem Bereich. Und der Rest ist dann einfach. Wenn wir das haben, ich verweise mal auf ein anderes Experiment. Können wir nämlich folgendes auch machen. Da ist eine schicke Rutsche auf diesen Dinges, auf diesen Spielplatz. Und die Rutsche sieht meinetwegen so aus. Was ist denn, wenn wir jetzt sagen, naja, wir werden die Höhe der Rutsche insgesamt messen. Lass die irgendwie hoch sein, jetzt egal. Und wir lassen hier oben eine schwere Kugel runterrollen. Schwere Kugel, deswegen, damit es kein Ball ist, der dann pep, 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 pep hier raus springt und wir müssen dann den Ball hinterher fegen. So, und dann kommt die Kugel hier angefegt und wir können sogar mit unserer Formel die Geschwindigkeit der Kugel erstens ausrechnen und zweitens messen. Also, wir haben genug zu tun. Das Blöde ist, das ist kein senkrechter Fall, sondern wir haben hier so eine verrückte Bahn. Und selbst auf der verrückten Bahn können wir mit unserer Universalformel, wo ist sie? Ach nee, die hatte ich vorhin hingeschrieben. Können wir mit dieser Universalformel, ich rahme sie mal rot ein, echt was Cooles anfangen. Und zwar, da stand ja, m mal g mal h ist ein Halb m mal v Quadrat. Mit der kann man richtig viel anfangen. So, und jetzt machen wir eine Überlegung und dann können wir bald Feierabend machen. Und zwar, die Überlegung ist folgende. Ich schnappe mir noch mal diese Formel hier und ich möchte jetzt mal bitte von euch einen Nachweis haben, weshalb das eine wirklich das andere ist. Jetzt wird gerätselt. Ich sage es mal kurz, ich habe noch den Tipp gegeben, wir können auch mal versuchen mit Einheiten zu arbeiten. Masse, Kilogramm, Erdbeschleunigung, Meter pro Quadratsekunde, Meter, ein Halb, Kilogramm auf der rechten Seite, Masse wieder, und jetzt Geschwindigkeit in S durch T, also, das müssen wir so angeben, in, na, komm, Meter pro Quadratsekunde, also Meter pro Sekunde meine ich, in Klammern zum Quadrat. Wie kann dann sowas entstehen? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben das uns schon mal mit den Einheiten, haben wir uns schon mal klar gemacht. Wir haben beide Seiten durch Kilogramm geteilt. Pardon, ich hatte vorhin das 1,5 hier, das gehört nicht zu Einheiten, hingeschrieben. Wenn ich beide Seiten durch Kilogramm teile, bleibt übrig, Meter durch Quadratsekunde, Meter pro Quadratsekunde, mal Meter. Das kann ich aber als Quadratmeter und hier unten steht schon die Sekunde, Quadrat zusammenfassen und hier drüben habe ich es schon. Denn, Meter mal Meter zum Quadrat, Sekunde mal Sekunde zum Quadrat, das wäre die eine Lösung. Also hängt das so schon alleine zusammen. Da kann man sich freuen. Aber jetzt sind wir am Rätseln. Jetzt hatte ich mal vorgeschlagen, vielleicht kann man ja G mit V durch T ersetzen und vielleicht kann man ja auch das umstellen, indem ich sage mal T, dann hätte ich G mal T ist gleich V und dann müssen wir hier oben hier mit mit diesen Erkenntnissen hier, müssen wir hier oben was anfangen. Vielleicht kriegen wir da was hin. Und jetzt gibt es schon Ideen. Jetzt gab es einen Vorschlag und zwar, der Vorschlag hieß, wenn ich das wirklich hier ersetze, dem Vorschlag gemäß, G ist V durch T und so ein Kram und ich oper hier mal so ein bisschen rum, da kann ich sagen, statt dieses Gs schreibe ich V durch T. Hm. Dann heißt das, trotzdem mal H geht weiter hier drüben, schreibe ich aber nicht V Quadrat, sondern V mal V und teile durch V. Auf beiden Seiten, dann steht hier 1 durch T mal H, also kann ich auch sagen, H durch T ist gleich 1 halb V. H durch T, das ist Strecke durch Zeit, das ist eine Geschwindigkeit, aber warum nur die halbe? Jetzt kommt es. So, jetzt waren wir rein formelmäßig durch. Jetzt haben wir gesagt, so, aber wieso 1 halb mal V? Denn das, H ist eine Strecke und T ist eine Zeit, aber es geht um die Zeit hier unten und die ist wie so eine Art Durchschnitt, so haben wir es uns ausgemalt. Wir haben gesagt, wieso, so ein Trapez, da haben wir doch auch gesagt, die Fläche ist Grundseite plus Deckseite, hier ist die Grundseite, mal Höhe, ich schreibe es mal hin, durch 2 und dann mal H. Und wenn man diese Seite hier oben sogar zu 0 werden lässt, dann heißt die Formel bloß noch, A ist Grundseite mal Höhe und das alles durch 2. Also das heißt, wir haben hier eine Art Durchschnitt gebildet und machen uns nichts vor, bei dem Pendel ist die Geschwindigkeit hier an dieser Stelle am höchsten und hier für 0. 0 und hier ist es Vmax am schnellsten. So, die kann sich aber insgesamt sozusagen wie eine Art Durchschnitt nur errechnen und dadurch, so kann man sich es vorstellen, kommt dieses 1,5. Wir werden das später in der 11. dann nochmal machen, da kann man das noch besser herleiten und kann auch wirklich dann ganz exakt mathematisch begründen, warum. Aber ihr habt ein mathematisches Gefühl und das hat mir dann eben an der ganzen Sache ganz besonders gefallen. Mein Lieben, ey, wenn ihr so weitermacht, mein Hoch, Achtung, schön, hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Ich sage jetzt mal schon, schöne Pfingsten, schöne Pause und ich habe noch was von der 8. vorhin gelernt, zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Also, Punktrechnung vor Strichrechnung. Oh!